Überall, die verfolgen uns Nein, lasst jetzt Zwischen GoCup-Bahn und LAKA Ja, wir können euch eh nicht helfen, wir sind unausgerüstet Ja, die... Da sind Positionierte, fahr weg Wir dürfen doch gar nicht auf uns schießen Wir fahren am besten zum Führersaku Ja, wir müssen noch draußen tanken Passen Sie auf, die Leute in den Helis wollen Polizisten töten Gut, find's HQ Oh, das ist kein Safe Zone Nee, aber dann... Dann positionieren wir uns Alter, der ist grad voll in mich hinten reingeheizt Dürfen wir vom HQ ausschießen Wenn sie das HQ angreifen, ist das HQangriff, wir müssen nur 15 Minuten früher ankündigen Einfach ins HQ Ja, die Ball hat voll drauf, los Was für ein Missgeburten, ey Im HQ? Als ihr im HQ seid, oder wie? Nee, wir sind noch nicht mal im HQ Die schießen einfach Ohne irgendeinen RP schießen die Löwe, komm, wir fahren auch ins HQ Können uns... Ja, äh, die... Recht um Wenn die Tanks nicht hier Wenn die Tanks nicht hier Was sollt so was? Ohne Scheiß Was sollt so was? Das ist asozial ist das Das ist asozial ist das Wir haben die... Die... Die werden bald Ungeschossen Das ist... Das müssen wir schnell Wir sind da... Wir sind da schon gerade dran, wir in Notbuchfuckbegriff Danke, dass Sie noch mal angehalten sind Und danke für die... Und das ist alles in Ordnung bei Ihnen, tut mir auch möglich sein Ich hoffe bei Ihnen auch Warte, ich geb Ihnen noch hier so'n kleines... Oh, das ist aber nett von Ihnen Dankeschön Ja, wenn Sie ein kleines Problem haben, dann... Ja Dankeschön, ruhigen Dienst noch Gleichfalls Ja, der Call ist raus Ja, tschüss Was ist denn für'n Call? Aber wenn die vorher auf euch geschossen haben, ist es ganz klar... Regelwidrig Wenn ihr nicht zurückgeschossen habt, dann dürfen die das nicht Beschuss auf einem Fahrzeug ist keine, äh... Bei uns sind Go-Cards Dings, der Bums da Höwe, wir gehen da schnell rein, rösten uns auf, wir barrikadieren uns Ja Ja Probier Choperier Barsche Ok, dann lauf ich zum Akku Wir fahren jetzt hier noch Leute, bringen die Fahrzeuge in Sicherheit Demos Ey, dann machen wir schon mal die Schranke auf Oh man, diese behinderten Büsche Und das sechste Mal, dass der Reifen kaputt ist Wegen einem Busch Leute, wir müssen gleich mal das Blutzeiakku durchsuchen Die Türen sind offen, ich weiß nicht Korl ist draußen, ich bin die Geisel Ja, tut mir leid denn Ja, die haben ich vom Ich musste Ja, ich musste das den Ich hab auch gedacht Dass du nachher reinsteckst Aber die können uns doch gar nicht callen Tö, die haben uns grad gecallt Indem die auf uns umgeböllert haben Also, Eingang Nein, die haben mich jetzt mitgenommen und fahren weg Im Haus Wo oben? Oben, ja Entweder über uns oder auf dem Dach Haben sie dir schon die Kommunikationsgeräte abgenommen? Haben nichts gesagt, nein Über uns Was machen sie denn, die dürfen das da nicht Äh, hier, das ist ähm Äh, die haben auf mich geschossen Also schieß ich zurück Hast du hier geschossen? Nein, das ist hier vor uns auf dem Turm Schweinchen, das ist aber ein Sechseck So, okay So, okay Ich nehm den Eingang in Sicherheit Oh Das ist RDM Was ist RDM? Ich hab nur Warnschüsse gegeben Ich hab nur keinen erschossen Aber man braucht es